Daniel Pieter Begrüßen wir Daniel Pieter in dieser Runde. Nochmal Rick Adorno als Trainer. Vielleicht gehört dem Trainer zunächst mal das Wort. Rick ist dann im Statement about a new contract von Daniel. Ich bin froh, Daniel Pieter mit dem Pep Krefeld-Penguin für eine lange Zeit in der Zukunft. Das ist unglaublich. Daniel ist eine sehr gute Person. Daniel, ihr Blut ist schwarz und gelb. Und das ist warum Daniel steht Krefeld. Krefeld ist Daniels Armstatt. Und ich bin stolz für den Trainer für Daniel. Und ihr relationship mit Daniel und den Trainern ist gut. Aber manchmal, manchmal, wir haben, ich bin nicht sicher mit dem Wort in Deutsch, aber das ist machen alle besser. Und Daniel ist sehr gut für Krefeld. Und ich denke, Olli Suchauer und Deuté für Krefeld. Und das ist gut. Und ich denke, Rudi Grunowak. Ich weiß, Rudi hat sehr hart gearbeitet bei diesem. Und die Aufmerksamkeit. Und ohne die Unterstützung unserer ganzen Office-Staff, unserer Organisation, die Fans, das wäre nicht möglich. Also, Daniel, congratulations. Und ich bin dein Trainer. Ich liebe Daniel. Und congratulations. Ich hoffe, dass diese Liebe auch anhält. Daniel, vielleicht von mir ein paar Worte zum Vertrag. Zehn Jahre. Das ist ja nun auch nicht gerade üblich. Und wir haben uns also vorher auch schlau gemacht. Nach unserem Kenntnisstand gibt es eigentlich in Europa nichts Vergleichbares. Das heißt also, Daniel Peter setzt in Krefeld einen Meilenstein mit einem Zehnjahresvertrag. Ja, auch zum Meilenstein, das weiß ich jetzt nicht. Aber mit Sicherheit kommt es nicht häufig vor. Ich habe mich dazu entschieden, in Krefeld alt zu werden. Ja, wahrscheinlich werden Kritiker sagen, der ich mich jetzt drauf ausruhe, aber der mich kennt. Ich glaube, wer weiß, dass es nicht der Fall sein wird. Und ja, man muss hier irgendwas basteln. Ich habe gute Angebote von anderen Mannschaften gehabt, die für die nächsten paar Jahre. Aber mit diesem Zehnjahresvertrag, glaube ich, kann ich zufrieden sein. Der Verein auch. Und ja, ich habe großes Vertrauen in den Verein, dass was aufgebaut wird. Der Verein vertraut mir durch diese Zehnjahre. Und ja, machen wir das Letzte daraus. Du möchtest also auch damit so ein bisschen dokumentieren, dass eben die Verbundenheit zum Standort ja nochmal gegeben ist und dass du auch an diesen Standort glaubst? Ja, auf jeden Fall glaube ich an den Standort. Und ich meine, seitdem ich denken kann, bin ich beim KIV erst als Fan. Dann habe ich angefangen mit den Bambinis. Und es hat sich bis heute durchgezogen. Ich glaube, dass ich der größte Fan von dem Team immer noch bin, auch wenn ich schon selber spiele. Aber ja, meine Freundin fühlt sich hier wohl. Auch wenn viele gedacht haben, dass ich vielleicht mal an Hürnberg gehe. Wegen der Freundin ist das aber nicht der Fall. Meine Familie wohnt hier, meine Freunde. Ich fühle mich wohl hier. Und ich glaube, wenn ich mich wohlfühle, kann ich die beste Leistung auch bringen. Andere, ich muss mal sagen, wir haben ja zwei Krempfeller mit dem 10-Jahres-Vertrag. Der eine in Nordamerika, der jetzt geändert ist, aber ein 10-Jahres-Vertrag. Einer Stürmer, einer Partei der, die auch so denke ich, Daniel hat es richtig gesagt, wer ihn kennt, wie er sich vorbereitet. Da haben wir überhaupt keine Sorge, dass er irgendwo sich schreiben lässt. Und dann, denke ich, ist es für den Standort Krempfeller auch gut. Nach 10 Jahren haben wir wahrscheinlich zwei, drei Stück Fachleute, die in der Organisation den Verein dann erhalten werden und den Verein noch weitere 10, 20, 30 Jahre mehr. So, dass immer 1 Stück in Krempfeller ist. Das war noch mal ein Statement von Rüdiger Nohr, das hier auch ein bisschen zum Applaus führt, dass auch mein Appell auch an diesen Standort ist und auch noch mal darauf hingewiesen, dass es eben noch einen zweiten Krempfeller gibt, der in Nordamerika seit der Zeit eine 10-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Kommen wir zur Presse-Runde. Wer hat Fragen an Daniel Ketter? Jetzt raus damit. Tut jetzt nicht so, als wäre der Umschluss wirklich. Herr Schnurr ist da auf ihn. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, beenden wir die Pressekonferenz an dieser Stelle. Wir sehen uns wieder am 1. Februar hier in Köln-Parast. Daniel Ketter schickt eigentlich natürlich noch mal den Pressevertretern zur Verfügung und ich wünsche allen Fans, die noch nahe sind und natürlich am Business Club gute Heimreise und nehmen Sie diesen tollen Sieg 3-2 nach Verlängerung mit. Wir haben uns heute auch drei Punkte verdient. Gucken wir auf die nächsten Spiele. Viermal auswärts und dann wieder zu Hause hier. Wir brauchen die Punkte. Bis dahin, schönen Abend noch.